die die beiden egal zwar nicht alle aber ist auch nicht schlimm da oben ist auch noch mal was ah nice 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 das konnte ich gut gebrochen das sind nur die Lichtfische das ist bei mir ich habe mich berühren ich hoffe ok was haben wir jetzt hier ah sehr gut ok 50 noch 50 das habe ich natürlich auch noch zu tun so ok erstmal mache ich dich weg zack bringt mir nichts außer ein bisschen Befriedigung habe ich auch schon mal was so oh da will ich hin da will ich hin und das wird verdammt nochmal interessant wenn ich mir das angucke scheiße egal wow 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 wirst du den mal bitte rein sondern ja na nein ist das so schlecht ach ok vier ach die vier sind es ok so Ich will mich trotzdem. Ist mir scheißegal. Dankeschön. Ne, ne, ne. Hier ist auf jeden Fall nichts für mich. Wollte mal so ein bisschen Leuchtekraft. Halt, du Belly. Das war knapp. Auf jeden Fall. Das war scheiß knapp sogar. Ja, gib her, gib her, gib her. Das ist meins, das ist meins. Fünfzehn. Fünfzehn, okay. Ah, ich hab mal noch einen zweiten Käfig, den ich holen kann, ne? Darf man nicht vergessen. Die waren so zehn. Ich brauch noch mal so eine Verbindung, bitte. Ja, ja, genau dich. Ja, ja. Alter, ich kann doch nicht jetzt einfach so Nein, okay. Ja, okay. Man kann es ja mal versuchen, ne. ich hab gedacht, so groß ist das Risiko ja nicht. Zehn, okay. Hallo? Schnell! Weg hier, okay. Also oben hab ich grad auf jeden Fall was gesehen. Hier zum Beispiel. Oder ist das... Ach, das ist der gleiche, offensichtlich, ja. Dankeschön. Ja, mach mal gleich alles. Mach mal gleich. Was? Der tut mir doch weh. Okay, schade. Oh. Also sind schon echt nett, die, die Rücksetzpunkte. Das ist doch ein Scheiß, Mann. Aber okay, zumindest ist das Punkteziel scheinlich zu erreichen. Sieht erstmal verdammt danach aus. Help me? Wo? Help me. Hier wahrscheinlich, ne? Nein, das ist nicht das Help me, was ich suchte eigentlich. Aua. Da, unten geht's weiter. Okay. Da, da, da. Ist dir kein Problem. So. So. Und tschüss. Ah, das ist das, das ist das Gerät. Hilfe. Dann sagt mir keiner Bescheid. Das hab ich gar nicht gesehen, wirklich. So. Perfekt. So schnell kann's gehen. Ah, nice. Kapuf. Aber mit der Zeit, das wird hinterher noch interessant, ey. Je nachdem, wie viel Zeit ich dann hierfür hab. Ich mein, ich verbring jetzt gerade schon Ewigkeiten in diesem Level. Ich weiß, das ist mir, das ist mir vollkommen bewusst, ne? Aber trotzdem. So. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Komm, scheiß drauf. Raus hier. Ja, 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 ja. Ist immer sehr befriedigend, wenn man die Punktzahl erreicht und dann noch das Levelziel sieht. Der Grafikstil ist echt cool. Ich kann's nicht oft genug sein. Und wieder 400. Nice. Ah, schön. Schön. Ich muss noch ein Stück Kaffee trinken, bevor er kalt wird. Guck mal auf den Tacho. Nehme schon wieder 53 Minuten auf. Äh, was bedeutet, ich mach ja hier nachher erstmal einen kurzen Schnitt, äh, also sobald die Medaille, ne, einmal da ist und ich auf erneut versuchen geklickt habe, äh, wegen Synchronisierung, ne? Hab ich jetzt schon, glaub ich, ein paar Mal erklärt. Wieso, weshalb, warum? Und tatsächlich ist es meistens, komischerweise, also gerade zu dieser Zeit, eine Verzögerung von einer halben bis einer vollen Sekunde meistens schon drin. Ne, und es nehmen wir noch nicht so viel oder nicht so lange auf. Das find ich schon echt krass. Aber bevor ich einen Schnitt mache, einmal mal wenigstens gucken, wie viel dürfen wir denn brauchen? Eine Minute sechs. Okay, das wird lustig. Jo, ne, dann, also, bis gleich. So, da bin ich schon wieder und ist auch total clever, wenn ich zum Synchronisieren natürlich einmal einen Schnitt mache. Also zum einen, um das Problem vielleicht nicht ganz so schlimm werden zu lassen mit der Verzögerung zwischen Stimme und Gameplay. Aber auch, ich nutze eigentlich am Ende der Aufnahme immer nochmal die Möglichkeit und mach eigentlich den hier runter, runter, hoch, hoch, um zu gucken, wie synchron das ist, ne? Äh, und stell dann fest, nun, ja, äh, hab ich nicht gemacht. Ist ja einfach die Aufnahme beendet. Egal, eine Minute sechs. Ist doch ein Klacks, hör mal. Hä? Ist doch ein Klacks, hör mal. So, nochmal. Ich weiß nicht, ob ich damit wirklich jetzt schneller bin, aber es sieht fast danach aus, ne? Zumindest ein Stückchen. Kann man ein Stückchen schneller sein? Äh. Ich muss nur machen, wenn ich mir auch sicher bin, wo ich gerade hinschwimme. Okay, hier waren wir auf jeden Fall ohne Ewigkeit unterwegs. Oh, das hat sich gelohnt, die Energie, auf jeden Fall. Ui. Okay, da sollen wir jetzt auf jeden Fall keine großartigen, keine Ahnung, Staatsakte kreieren. Ah, guck mal, den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ob ich ihn fast schon wieder verloren hätte direkt. Ist ja egal. Kostet ja nix. Ui. Fuck you! Ah, schade. Es wäre lustig, wenn ich hinterher das Ziel einfach verpassen würde. Weil es kann hier theoretisch überall sein. Wichtig wäre auf jeden Fall, dass wir hier keine, äh, also nicht in den Lichtbereich kommen. Das wäre echt nicht cool. Würde mir nicht gefallen. So, zack, raus hier. 13 Sekunden für den ersten Raum. Keine Ahnung, ob es gut ist, schlecht ist, wie auch immer. Alter, okay. Manchmal hat sich das schon mal bewährt gemacht. Das war hier so ungefähr lang. Genau. Zack, raus hier. Na egal, der hat mich gerade gestorben, glaube ich, war das, ne? Ah! Der ist aber auch fix unterwegs, der Sack, ey. Scheiße. Wir haben noch keine Zeit. Das klingt ein bisschen immer nach Happy Tree Friends. Kennt man? Kennt das noch einer von euch? Kommt, jetzt habe ich gesehen, irgendwie ein klassischen 4-Spiel raus oder ein klassischen 5-Spiel? Zwar, keine Ahnung, 15 Jahre zu spät, aber immerhin. Nein! Wie ungünstig. So, okay, noch mal. los. Komm, 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 12. Ist in Ordnung. Geht schlimmer auf jeden Fall. 25. Die 25. 25. Ah! Ich muss da oben lang, auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall die bessere Herangehensweise. Das ist doch ein Scheiß. Ich hab mir noch nicht gemerkt, wo jetzt welche Gegner wann sind Und vor allem wie viele Das wie viele ist entscheidend Aber ich weiß nie, ist das jetzt einer, sind es vielleicht zwei? Wenn ich hier am Anfang ein bisschen verkackt habe Ich nutze diesen Versuch jetzt nur als Training Wahrscheinlich schaffe ich es, ich hätte mir fehlen eine Sekunde Wenn ich die, die ich am Anfang verschwendet habe Egal Das wird schon Heieiei, okay Ich versuche halt auch immer natürlich so schnell es geht Irgendwie hier durchzupämsen Ja, genau so Das war nämlich perfekt von mir Ich hätte es kaum besser machen können Stacheln Nein Pioons Ja, ja Blablabla So Elf Sekunden, guck mal ein, den haben wir schon mal gespart Asikünsche So Welche mit dir Hier Die Stelle mag ich, weil da kann man immer so ein bisschen Gas geben Weil die wirkt auf jeden Fall wie Flow, finde ich Blablabla Ah, shit you So, genau, wir müssen nämlich hier lang Und hier auch wieder aufpasse Uffe stacheln So, mein Gott Raus hier Ziel Keine Zeit, habe ich gesagt Okay, die nehmen wir nochmal mit Das ist doch kein Scheiß Putz Blablabla Blablabla Wo ist der Ziel, bitteschön Ich brauche Ziel Da ist es, da ist es, da ist es Drei Sekunden war das jetzt? Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet Ach, Nasiot Ich war aber auch verwirrt Weil ich kannte den Weg natürlich noch nicht Ja, das ist natürlich auch Was hier Sehr effektiv, was ich hier mache Nein, geht auf jeden Fall klar Ich muss nur hinterher ein bisschen schneller sein Der zweite Raum ist nämlich mein Lieblingsraum Da kannst du so Richtig schön einfach durchheizen 25 Ab hier wird es ein bisschen blöd Nicht genau wegen diesem Kackviech So ein bisschen rauszoomen würde ich die Kamera gerne noch Also dass ich ein bisschen mehr sehen kann Das wäre hier auf jeden Fall sehr, sehr von Vorteil Ah, die 12 hat man noch erreicht Schade Weil der Anfang war ein bisschen schlecht Der Rest war eigentlich ziemlich gut Auch vom Pacing her Und wieder die 25 Perfekt Er wieder, er wieder Der hat aber auch genau das Timing Oder beziehungsweise ich habe das Timing Dass ich genau da bin Wenn der Wenn ich an dem nicht vorbeikomme Also Ich habe jetzt oft genug da gestanden Und kam einfach nicht vorbei Weil das Timing halt wirklich einfach ungünstig war Ah, das wären die 11 Das wären die 11 Sekunden Ja, ja, das sehe ich schon Das sehe ich schon Nein, doch nicht Schade Okay So, Baby Aber das wären jetzt die 24 Nicht die 25 Das wären doch die 25 Schade Ah, aber der kommt ja auch immer mit so einem Affenzahn Um die Ecke gedüst, ne Das ist echt nicht feierlich Ah, und das ist eigentlich die schlimmste Stelle hier Die enge Scheiße Ich sollte einfach aufhören hier Immer mit dem Mit dem Spin-Attacke Weil das ist eigentlich das Was mir die meiste Kontrolle raubt Aber das bringt halt auch was, ne Also ich bin halt schneller Das Problem ja gerade bei der Dunkelheit War ja eigentlich nur Ich wusste nicht wohin Und ich weiß es jetzt leider immer noch nicht Aber ich glaube ich wäre jetzt zumindest ein bisschen mutiger Ich war die ganze Zeit nicht sicher Diese eine Pflanze Ob die mich jetzt umbringt oder nicht Die auch so leuchtet Bei der Qualle Nein, 25 Warum 25? Stop Hammer Time Bisschen einmal durch Jetzt habe ich extra gewartet Und ich kriege es trotzdem nicht hin Was für ein geiler Typ ich glaube ich, ne Kann man von mir nur die Finger lassen Okay, stop, stop, stop In the name of love Ich hätte die Energie vielleicht einsammeln sollen, ne Das wäre vielleicht gar nicht so scheiße gewesen Hilfe Mach dir mal bitte einmal Platz für mich Wäre sehr, sehr lieb Nein, da unten ist sie Scheiße Ich bin falsch geflogen So dumm von mir Nein Ich habe hier das Gefühl Es geht gerade nix